Hallo Internet und herzlich willkommen bei BetriebsradTV. Ja, da bin ich wieder nach einer kleinen Pause und ich habe ein ganz wichtiges Thema heute mal. Und zwar geht es darum, dass ihr mir ja die Ehre erweist, dass ihr mich um Rat fragt, entweder bei YouTube, bei Facebook oder dass ihr mir eine E-Mail schickt und dann Fragen zu euren speziellen Problemen im Betrieb stellt. Dafür sind Jens und ich super dankbar für dieses Vertrauen und die Zuversicht, dass ihr glaubt, dass wir euch da helfen können. Ich habe jetzt aber in der Vergangenheit gemerkt, dass ich ab und zu mit einem inneren Drang kämpfen muss, nämlich, dass ich auf manche Fragen mit bitterstem Sarkasmus antworten möchte. Das liegt nicht an euch. BetriebsradTV soll eine schützende Hülle sein, wo jeder jede Frage stellen darf. Und es soll sich hier keiner zensieren. Mein Motto für BetriebsradTV ist, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Fragen, bei denen sich bei mir die Zehennägel aufrollen. Und wie gesagt, es ist mein Problem und nicht eures. Aber wovon rede ich hier eigentlich? Ich bekomme immer wieder Fragen, wo der Tenor der Frage ist, darf der Arbeitgeber das? Darf der Arbeitgeber da den Mitarbeiter abmahnen? Darf er die ihn da kündigen? Darf er da einfach Überstunden anordnen? Das sind immer die gleichen Fragen. Und wie ich schon gesagt habe, diese Fragen sind auch absolut verständlich, dass die gestellt werden und die sind gewissermaßen auch richtig. Aber was diese Fragen offenbaren, ist gleichzeitig ein Problem der Einstellung der Betriebsräte. Nehmen wir mal die Frage, darf der Arbeitgeber einfach so Überstunden anordnen? Und meine sarkastische Antwort darauf wäre dann immer, ja, das darf er. Er darf dazu auch noch ein Tänzchen aufführen, ein paar Pirouetten drehen, ein Gedicht aufsagen und dazu noch ein Trompetensolo von Stefan Ross aufführen. Denn die Sache ist, der Arbeitgeber darf das immer, wenn er ihn lasst. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Arbeitgeber den Freiraum ausnutzen, den sie bekommen. Nun ist ja zum Beispiel eben die Lage der Arbeitszeiten ein Mitbestimmungsthema. Und das heißt, wenn ein Arbeitgeber Überstunden anordnen möchte, dann müsste er normalerweise den Betriebsrat um Erlaubnis fragen. Aber viele Arbeitgeber machen das nicht, sondern die sagen einfach, du arbeitest heute länger. Und dann sitzt eben der Betriebsrat daneben und guckt schön ins Betriebsverfassungsgesetz und sagt, ja, aber das war ein Mitbestimmungsthema. Das macht der Arbeitgeber das einfach. Ja, darf der denn das? Und dann wird eben erstmal eine E-Mail an mich geschrieben, worüber ich sehr dankbar bin. Und dann werde ich gefragt, darf der das denn? Die richtige Herangehensweise in dem Fall wäre, dass man auf den Arbeitgeber zugeht und sagt, Chef, du kannst hier ganz viel anordnen, wie du willst, aber zuerst hast du zu uns zu gehen. Und wenn du jetzt einfach fortfährst und den Leuten Überstunden anordnest, ohne uns zu fragen, dann sehen wir uns vor Gericht. Also die grundlegende Sache ist, immer, wenn euch eine Frage aufstößt, wo ihr sagt, hä, darf der Arbeitgeber das? Dann ist das falsch. Dann ist der Gedankengang zwar verständlich, aber ihr geht trotzdem falsch mit der Situation um. Denn wenn bei euch der Gedanke entsteht, hä, darf der Arbeitgeber das? Was ihr wirklich sagen wollt ist, also das finde ich jetzt aber nicht gut. Das sollte er nicht machen dürfen. Und insofern müsstet ihr euch immer die Frage stellen, nicht, darf er das? Sondern, wie verhindere ich, dass er das macht? Und ich kenne einige Betriebsräte, die sagen sich nicht, ist das jetzt ein Mitbestimmungsthema? Habe ich da überhaupt was mitzubestimmen oder nicht? Sondern, die gehen auf den Arbeitgeber zu und sagen, Chef, das machst du nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und ab und zu kommen die damit sogar durch, obwohl das gar kein Mitbestimmungsthema ist. Also mein Tipp ist, dass ihr nicht euch immer Gedanken macht, wie ist ja eigentlich die gesetzliche Lage, darf das eigentlich so sein? Sondern geht immer lösungsorientiert mit Problemen um. Da ist etwas, was mir nicht gefällt, wie ändere ich das? Also das sollt ihr jetzt nicht als Aufruf verstehen, dass ihr mir keine Darf-der-das-Fragen mehr stellen dürft. Ihr dürft mich alles fragen, was mit dem Betriebsrat zu tun hat. Gar kein Problem. Und ich werde auch immer versuchen, das vernünftig zu beantworten. Aber vielleicht könnte ich ja beim nächsten Mal die Frage anders stellen. Nicht, sag mal, darf der das? Sondern, sag mal, das und das jetzt hier passiert. Wie kann ich dagegen vorgehen? Das ist die richtige Frage, weil die nämlich eine Handlung vorbereitet. Wie könnt ihr aktiv werden? Und darum geht es ja. Als Betriebsräte sollt ihr aktiv im Betrieb die Gegebenheiten, die Verhältnisse mitgestalten. Das war es jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.